So, hallo und herzlich willkommen zu keinem Let's Play, nur ein kurzes Infovideo. Scheiße. Naja, YouTube hat sich gedacht, nur Folge 18 von Splinters, ja, ne, das stelle ich nicht an. Und ich, voll idiot, habe das Video gelöscht, bevor ich das Problem bemerkt habe. Arschkarte gezogen, ja. Also gibt es keine Folge 18 von Splinters, aber Gott sei Dank war ich in der Folge so bescheuert, dass ich den Weg nicht gefunden habe und ihr habt nichts von der Story verpasst. Null. Überhaupt gar nichts. Ihr habt überhaupt wirklich nichts verpasst, wenn ihr euch Sorgen machen solltet. Ähm, was habe ich noch zu sagen? Komm, ich mache nur eine Minute durch. So, ähm, ja, das war eigentlich alles. Ich spiele noch hier zum Schluss, ich mache da gerne mal so kleine Videos, damit es was zum Lachen gibt. Und, ja, das spiele ich dann auch gleich ein, da habt ihr was zum Lachen für den Tag. Naja, heute kommt ja Dragon Age und 4. 4 nicht verpassen, auf jeden Fall gucken. Ist sehr lustig, muss ich ehrlich zugeben. Naja. Äh, äh, tschüssi Kowski, ne, und so, verstehst du? Naja, warte mal. Könnt ihr nicht lesen? Auf dem Briefkasten steht, keine Werbung. Tschüssi Kowski, ne, und so, verstehst du? 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 Untertitelung des ZDF, 2020